Nach so vielen Jahren hat man ein Gefühl dafür entwickelt, was man sich selbst zutrauen kann und was man lieber in Auftrag gibt. Gerade wenn es um Küchen geht, kann die schlechte Rad teuer zu stehen kommen. Deshalb am besten gleich zu den Küchenprofis. Dort passen Service, Qualität und Preis einfach zusammen. Und den guten Rad, den gibt's hier gratis. Meine Küchenprofis